Musik Also das Besondere hier im Erzgebirge und vor allen Dingen in Seifen ist die Tatsache, dass es eigentlich bei uns das ganze Jahr Weihnachten ist. Aber insbesondere jetzt die Adventszeit hat natürlich, kommen sehr, sehr viele Besucher hier zu uns in den Ort, um eben dieses ganzjahres Weihnachtsdorf, Weihnachtsland zu besichtigen. Wir haben die Bergparaden, die hier an dem ersten und dritten Adventswochenende stattfinden. Wir haben alle Hersteller hier im Ort, die das ganze Jahr Heuschermännchen, Schwibbögen, erzgebirgische Volkskunst herstellen. Und deswegen ist dieser Ort doch schon ganz besonders. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020